Ist noch Unwetter, oder? Hallo? Ja, ist noch Unwetter. Ja, okay, also es ist egal. Egal was Phase ist. Egal was Phase ist, du hast. Die Hütte ist weg. Und warum hat es jetzt nicht repariert? Spätestens, wenn ihr sie gleich wieder... Also diese Ausdauer, ne? Oh, mein Schlafsack ist weg. Mein Schlafsack ist weg. Das ist natürlich tödlich. Fahr doch in den Schlafsack hin. Alter! Hä? Wegen dem ganzen Gestrüpp hier, oder was? Ja, das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Erst alles reparieren, ja. Oh, naja, ich kann grad nix reparieren, weil das grad so leckt. Oh, das leckt grad einfach nur. Was ist das für ne Scheiße jetzt? Warum leckt denn das so? Alter, ich hab... Alter, das leckt grad so übel. Schon wieder alles kaputt, ne? Hallo, reparier doch einfach. Also die... Mach doch nix. Hallo? Was ist das Ding schon wieder kaputt? Kann das nicht irgendein... irgendein Kling machen? Oder irgendein Kloppen machen, damit man weiß, dass das Ding... Ist die Ausdauer weg. Mach mir einfach nur noch fertig hier alles. Hab schon gedacht, da kommt wieder ein Bär, ey. Ist schon wieder die Ausdauer weg. Wahnsinn. Keine Chance. Keine Chance. Wenigstens hab ich's Feuer rechtzeitig ausgemacht. So, da kommt schon wieder ein Wolf. Zack. Ich muss... schnellstmöglich den Schlafsack hier hin... Geh doch rein. Geh doch einfach rein, Prinzessin. Was hältst du denn von der Idee? Du kannst... Du brauchst erst das fertige Schilder, ne? Sonst kannst du... nicht... den Schlafsack aktivieren. Okay, ist das schon mal ein Dach drüber? Das ist schon mal gut. Damit ist er schon mal einverstanden. Schlaf und Sitz schon mal. Ansonsten ist wieder alles zerstört, Alter. Bob, der Baumeister, er ist echt so... Was ist denn jetzt? Geh doch mal aus dem Schnee raus. Da liegt ein Wolf, da liegt ein Wolf. Bringt mir alles nix. Ich muss hier erstmal reparieren. Vorher... Vorher kann ich hier gar nichts machen. Reparieren. Das Wichtigste ist... Also die... Die Range ist auch ein bisschen... Warum ist jetzt die Ausdauer weg? Ach, die Ausdauer zieht es trotzdem ab. Ob du triffst oder nicht... Ob du die Range triffst oder nicht... Da hast du Pech gehabt. Trotzdem ist die Ausdauer weg. So. Brauch noch ein bisschen XP. Viel ist es nimmer. Nur noch ein bisschen. Viel ist es nicht mehr. Unser Ziel ist... Nur Level 16. Der Rest ist... Fleisch raus. Consume. Schnee rein. Consume. Zack, rein. Wieder auffüllen. Wackel habe ich. Brauche ich nicht noch. Fleischbräu auch nicht. Ist mir egal. Da haben wir hier noch einen Wolf. Den Hirsch nehmen wir auch. Zack. Egal. Alles weg. Wir müssen aufleveln. Der gehört wie ein Löwe. Voll ins Auge. Hast du es gesehen? Voll ins Auge. Huch. Hallo. Ein paar Wölfe noch, dann hast du es. Ja. Oh. Wolfi, 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 Wolfi. Nein. Wolfi, Wolf, Rahm. So. Ist da noch jemand ohne Fahrschein? Es tut mir leid. Aber ich kriege 300 XP für dich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann... Es tut mir wirklich leid. Da steht ein Bär... Ne, ist ein Felsen. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, da steht ein Bär, ey. Oh, Alter. ich sage leck mir die füße alter so wie kriegt die energy zu hoch consume string das wäre jetzt sehr mies gewesen absolut das wäre jetzt richtig mies gewesen aber sowas von richtig miese geschichte wäre das gewesen und vor allem der ist halt direkt auf mich zu also der hat der kam direkt für mich der war nicht irgendwie ist rumgelaufen oder sonst irgendwas sondern den haben sie mir direkt geschickt ja man ja geil ja man so eisbär tot oh geil genau kurz vor level 16 töten von bär ausschalten betten gehen ist echt so so technikbaum falsches angeklickt so wir brauchen stein können wir ja nicht machen ne ja doch wir könnten die oder sollen wir gleich auf stein gehen wäre eigentlich fast geschickter oder bevor wir jetzt wieder holz machen aber dann fehlt mir auch wieder ich habe nur drei punkte eins zwei drei dann müssen wir wieder aufleveln weil ich brauche ja ja ich brauche eine extra bank ne ich brauche ja die hier steinwitz bank aber ne ich probiere es mit holz ne es ist blödsinn ich probiere es mit holz ach und eisen ja okay ja dann ist doof ah okay ne dann lass so dann nehmen wir das und das so dann haben wir das aufgebaut und dann ich möchte verarbeiten von holz zu stöcken erhält sekundäre nachteilige überlastung gut gepackt gewichtskapazität erträge abbauen von stein nehmen wir hier noch eins haben wir gesagt so herstellen herstellen eins zwei drei vier zack oh man ey ich brauche auf jeden Fall noch eine Kiste so dann machen wir uns fertig also leder leder das machen wir mal so drüber so hier haben wir noch Fleisch das können wir noch machen hier haben wir noch Fleisch drüber kochte Karotten das Fleisch lassen wir da ich können wir da lassen das nehmen wir mit jetzt habe ich schon gedacht da kommt ein Eisbär ne das wäre es jetzt gewesen so dann brauchen wir Holz müssen noch ein bisschen Holz besorgen und dann ist eigentlich schon fast Nacht dann können wir in der Nacht eigentlich wann ab 18 Uhr kannst du glaube ich pennen gehen stand da ne dann gehen wir kurz pennen dann warten wir nachts ab dann gehen wir kurz pennen dann laufen wir dann laufen wir in Schneebium holen unsere Klamotten und dann haben wir es vielleicht eventuell hoffentlich geschafft aber nur vielleicht ich habe 18 Uhr okay sehr gut ich sehe jetzt überall nur noch Bären ich komme gar nicht mehr drauf klar irgendwas stimmt hier nicht irgendwas haben sie hier haben sie hier Sheetkram gebaut irgendwas haben sie hier nicht richtig gemacht warum auch immer ja ist echt so Paranoia wegen den Bären ey ich komme gar nicht drauf klar das ist echt schlimm ich träume heute Nacht nur noch von Bären glaube ich Bärenalpträume ja waren ja die letzten Tage viele kleine Updates bei Grosers ja das stimmt ja also irgendwas haben sie da mit den Bäumen weiß ich auch nicht den einen oder anderen Baum da geht nix so Wildsau dürfte eigentlich kein Problem sein für uns dürfte so habe ich jetzt schon was gebaut äh ne die will ich nicht bauen hier 4 5 6 7 8 9 10 okay dann brauchen wir erstmal 10 dann brauchen wir hier noch was ist das was machen wir denn wir können doch hier viel effektiver arbeiten zack 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 so sauber die Haakschnitte ne 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 beruhig dich mach mal 15 Stück davon brauchen wir nochmal nochmal 6 Stück ein Schlafsack nochmal auch nochmal für alle Fälle und dann können wir eigentlich schon denke ich mal was haben wir jetzt gleich 18 Uhr ich bin erschrocken das war jetzt schon wieder sehr nice da ist schon wieder ein Eisbär haha ihr macht mich echt fertig ihr macht mich echt fertig zack dann wir reden wie die ganze Geschichte der ist wieder weggelaufen kurz die Tür zu Tür ist zu ja dichter rein Consume Stack wie sieht's aus mit dem Oxy noch nice sowas kann hier ich kann hier noch mit reinschieben ansonsten lasse ich erstmal alles soweit drin so der Tag ist angebrochen Schneesturm ist incoming das macht keinen Sinn da jetzt rein zu gehen müssen wir jetzt erstmal den Schneesturm kurz abwarten ansonsten gehen wir da sofort drauf müssen wir kurz den Schneesturm abwarten wenn wir den Schneesturm haben können wir zu unseren Sachen laufen ja ich denke das macht am meisten Sinn ich denke das macht am meisten Sinn da wird es einige Sachen in der Base lassen ja das ist wahrscheinlich geschickter mach noch ein paar Knochenpfeile kann ich noch max machen machen wir nochmal 30 dann das Leder wahrscheinlich wobei dich lassen wir mal die Knochen können wir weglassen das Fell können wir weglassen Stapel teilen Stapel teilen ich lasse mal davon ein bisschen da das nehmen wir mit das können wir auch rüber schmeißen so ja Waffen mitnehmen und essen den Reparatur haben wir nehmen wir auf jeden Fall mal mit was ist denn los also ja alles gut alles gut passiert manchmal geht mir nicht anders Stapel teilen die Hälfte der Steine können wir da lassen so ansonsten nehmen wir hier die können wir auch da lassen was wir auf jeden Fall nochmal machen können das ist noch eine Fackel die wird notwendig sein und ansonsten ich schätze hier aus schneesturmmäßig der Eisbär steht da Achsenspitzeuge noch reparieren ich finde es Sinn machen ich überlege ob ich noch ja der Eisbär da ne das ist ich da hoch geh doch hoch komm 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 nein 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 oh ja toll ich bin ja noch verletzt ich war doch da schon fast oben geh doch hoch komm 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 oh nein 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 hä was ist mit dem Büffel ich bin jetzt weg nein ist er nett und schon Sikowski so gut wie es angefangen hat so gut lässt er wieder nach sehr geil ja toll ja alter sorry falls ich dann ne ne alles gut alles gut alles gut alles gut ich fühle es auch gerade scheiße ey oh man weißt du was das ist ne gute gute Sache wenn das so ist ich geh jetzt mal ganz schnell pullern ich bin in 3 Sekunden wieder da und dann spawn mal neu bis dahin ist vielleicht auch der Eisbär weg und dann machen wir weiter ganz kurze Pinkelpause bin gleich wieder da bis gleich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du das auch manchmal so das Problem oder? Bin ich wieder einfach nur zu doof manchmal? Aber manchmal ist die Maus im Menü weg. Ja, ne? Okay. Gut, bin ich nicht allein so doof. Das heißt, bin ich nicht allein so doof. Das hat sich jetzt falsch angehört. Bin ich nicht so doof dafür. So meine ich das. Auch Penny. Meckert doch nicht rum. Kann doch auch nix dafür. Sitzen alle im selben Boot. Okay. Zap, zap. Ey, willst du mich rollen? Es ist doch nicht dein Ernst. Ey, es ist doch nicht dein Ernst. Es ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Ey, jetzt habe ich alles zusammen, um einfach wieder dahin zu gehen. Ja, wie gesagt, wenn es läuft, dann läuft es, ja. Also das ist ja wohl... Und jetzt bleibt der Arsch da auch stehen, ne? Ey, ich habe... Er frisst den jetzt, oder was? Habt ihr das gesehen? Er hat ihm jetzt die Haut abgezogen, damit er sich noch mehr wärmen kann. Alter, wie asozial ist das denn, ey? Jetzt... Gerade ein bisschen schwierig, ne? Wir warten nur, bis er hinter dem Ding ist. Also es geht... Kommt auch noch ein Gewitter, das heißt, unsere Hütte ist auch schon wieder am Arsch, wisst ihr? Ja, die zerfällt auch schon wieder. Ja, es ist mir echt... Jetzt hat der Blitz in die Hütte eingeschlagen. Ja, jetzt brennt die Hütte. Jetzt brennt die Hütte. Ach, jetzt brennt die Hütte. Ja, was will ich machen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe... Ja... Ja... Da kommt der nächste Bär. Da kommt der Eisbär schon wieder. Jo, bis gleich. Der war weg. Der hat uns gar nicht mehr gesehen. Der war weg. Der war ganz hinten, hinter dem... Ja, das ist... Ja, sorry, aber das ist... Das ist richtig assi, ey. Ganz im Ernst, das ist eine richtige Arschloch-Aktion. Da kommt ein Bär. Da ist ein Eisbär. Unsere Hütte brennt. Alter, ich will doch einfach nur... Ja.